Das macht wahnsinnig Spaß für heute. Juhu, wir haben uns in der Schauk. Das war's für heute. Man schwenkt ja ganz schön aus immer hier mit seinem Lastenrad. So, musste bei den GoPro-Akku kurz wechseln. Das ist immer eine Aktion mit dem Mediampart. Wirft mich Kilometer zurück. Fremdler 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 Arme! Leute, da muss jetzt ein Porsche sich unbedingt vordrängeln, machen wir doch erstmal gemütlich ein Bierchen auf. Ja, so langsam wird es dunkel und ich glaube es macht weniger Sinn jetzt noch zu filmen. Ich sage auf jeden Fall schon mal Tschüss und bin total geflasht. Das war der tolle Critical Mars heute. Bis denn, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, ich glaube hier ist gleich das Ende hier in der City Nord, direkt am Edeka Gebäude. Ja, das war die coolste Critical Mars, die ich je mit gefahren bin, glaube ich. Ich denke, dass alle irgendwie Nachholbedürfnisse hatten aus der Corona Zeit. Ja, es geht noch mal zum Endfolt.